das vierte ist dann der java damit ist gemeint das training also das umpolen des nerves das bändigen und züchten des nerves und das kann auch das kann auch das kann tatsächlich großes bewirken es kann sein dass man dinge die man für die man eine große leidenschaft hatte zu der man einen unnachgebigen drang gefühlt hat dass sie irgendwann etwas werden wovon man abscheu empfindet etwas was man überhaupt nicht mehr ertragen und leiden kann aber das entsteht das entsteht mit der zeit genauso wie die ibadat es kann sein dass man eine zeit lang man empfindet sie eine zeit lang als last man muss sich dazu man muss man braucht enorme antriebskraft um sie auszuführen irgendwann werden sie aber ein bestandteil des lebens den man sich gar das heißt allah taala in der surat surat muhammad muhammad oder hujurat ich bin mir nicht mehr sicher aber allah hat euch den iman in euren herzen lieb gemacht schön und lieb gemacht und die sünde und den frevel den unglauben die sünde und den frevel unschön also ihr empfindet es nicht mehr als als schmackhafte dinge als angenehme dinge es ist etwas unangenehmes geworden für euch etwas unerträgliches aber das ist nur eine folge von diesem training von der java auch